Oh mein Gott, Leute, lang ist es her, dass ich auf diesem Kanal über was anderes geredet habe als Harry Potter. Der letzte Harry Potter Talk, der wird noch kommen, keine Sorge. Aber was ich sagen will, ist, die letzten drei Videos waren Potter Talks und der letzte Lesemonat aus dem Monat Juni. Da fehlten Juli, August, September, Oktober und jetzt bald wahrscheinlich auch noch November. Woran liegt das? Darüber rede ich in diesem Video und natürlich auch endlich mal wieder über Bücher. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Okay, Leute, ich glaube, ich muss das einfach mal ganz klar auch sagen. Der Grund, warum ich jetzt monatelang keine Lesemonate gemacht habe, ist der, ich war einfach gar nicht erst dafür motiviert. Wenn das Ende vom Monat kam und ich gedacht habe, jetzt wäre es mal wieder Zeit für den Lesemonat, dann war ich so, uff, ja, ne, gerade irgendwie nicht so. Und dann habe ich halt überlegt, okay, ich muss irgendwas ändern. Ich bin ein Typ, der schnell irgendwie was ändern will. Ich räume auch meine Wohnung hier so oft um, das glaubt ihr gar nicht. Ihr seht es ja auch in den Videos manchmal. Selbst mein Set, so für meine Videos, das räume ich irgendwie ständig um. Nicht, weil ich irgendwie dann da unzufrieden damit bin, wie es funktioniert, sondern einfach, weil ich sage, ich will es mal anders haben. Ich habe mir jetzt die Haare geschnitten, einfach nur, weil ich es mal anders haben wollte. Nicht, weil ich die langen Haare doof fand, so. Klar, die waren auch ein bisschen unpraktischer, geil, keine Frage, aber ich wollte es einfach mal anders haben. So ein Typ bin ich und ich glaube, ich kann nie ein Konzept irgendwie dauerhaft fahren, weil ich irgendwann unweigerlich an den Punkt komme, wo ich sage, okay, ich will es wieder anders haben. Und ich glaube, dass jetzt möglicherweise der Punkt erreicht ist, wo die Lesemonate für mich ausgedient haben, wo es mir nicht reicht, einfach, ja, am Ende vom Monat einmal über alles zu reden, was ich so gelesen habe mit dem Monat, sondern dass ich es anders machen will. Ich weiß noch nicht genau, wie es in Zukunft laufen wird, was mein weiteres, mein zukünftiges Konzept sein wird, aber es wird irgendwas kommen, weil ich habe nach wie vor einfach Lust, über Bücher zu reden und ich habe auch Lust, lange Videos zu machen, die für Instagram dann eben nicht mehr so gut geeignet sind, die ich dann einfach hier auf YouTube hochladen will. Das wird es weiter geben. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade dieses eine Video, was ich hier unbedingt machen will. Das sind drei Bücher, die ich nicht alle diesen Monat gelesen habe. Die haben eine andere Connection, ja, darum wird es dann gleich gehen. Aber ich will, dass ihr wisst, mein YouTube-Kanal ist nicht irgendwie auf Eis gelegt. Die Potter-Talk-Reihe wird noch fortgeführt. Und es wird auch, wenn die Potter-Talk-Reihe vorbei ist, weiter über allgemeine Bücher gehen. Das möchte ich, dass ihr wisst. Und jetzt geht es endlich mal los mit dem eigentlichen Video. Okay, das erste Buch, über das ich heute reden möchte, das ich hier gerade so geschickt als Mikrofon benutze, ist Verity. Und viele von euch werden das wahrscheinlich kennen. Das ist ein sehr bekanntes Buch von einer sehr, sehr bekannten Autorin. Hinten steht, glaube ich, irgendwie sogar drauf, dass es gerade die erfolgreichste Autorin der Welt ist. Das war mir nicht klar, dass Colleen Hoover so krass erfolgreich ist. Ich habe noch nie etwas von ihr gelesen. Ich glaube, bei vielen, bei mir bisher auch so ein bisschen, war sie auch so als, ja, die schreibt halt Bücher für Frauen. Und dann ist auch immer dieses Klischee mit dem vielen Spice und vielen Romance und so, wo viele Männer dann, glaube ich, sagen, nee, das ist nichts für mich, was ich auch bisher so ein bisschen gesagt habe. Und dann ist es dazu gekommen, dass mir dieses Buch halt so im Buchladen mal über den Weg gelaufen ist. Und ich war so, ach komm, hey, du bist jetzt hier Buchblogger, da kannst du doch auch sowas mal lesen, auch wenn du jetzt vielleicht nicht sagst, dass das unbedingt was für dich ist. Probierst es halt einfach mal aus, wenn die gerade so im Gespräch ist. Das hat dann für mich dann funktioniert. Und dann habe ich mir das einfach mal gekauft und habe mal reingelesen. Und habe sehr schnell festgestellt, ja, ja, Romance, okay, aber das hier ist einfach ein Thriller. Das ist nicht ein Romance oder ein Sexbuch mit ein bisschen Thriller-Elementen, wie ich vorher gedacht habe. Nee, das ist einfach ein Thriller mit ein bisschen Romance-Elementen. Und vielleicht auch sogar ein bisschen Horror. Also das hat mir so gut gefallen. Und klar, es ist ein großes Thema mit Gefühlen und Liebe, verliebt sein und natürlich auch ganz viel Spice und sowas. Also hier so Sexszenen kommen schon einige vor, aber in meinen Augen definitiv nicht im Übermaß. Irgendwer hat vorher mal da zu mir gesagt, das ist quasi eine Sexszene an die andere gereiht. Und ich habe dann so jetzt das gelesen und war so, okay, das stimmt, finde ich, nicht. Das hat er völlig übertrieben. Es gibt sie, aber es ist okay. Und ja, das ist so, wenn man das jetzt mal hier irgendwie, wenn man da mit Glaubwürdigkeit rangeht an diese Szenen, dann denke ich mir so ein bisschen, okay, es ist alles ein bisschen übertrieben. Und ich finde auch die Gefühle von der Beschreibung her teilweise nicht nachvollziehbar, nicht besonders authentisch. Ich kann da vieles eben nicht nachvollziehen. Aber das, ja, mei, im Vordergrund war es für mich tatsächlich echt ein Thriller. Es geht hier um Lohan Ashley, die ist eine relativ erfolglose Autorin, die jetzt plötzlich einen mega lukrativen Auftrag bekommt, nämlich für die sehr erfolgreiche Autorin Verity Crawford die sehr erfolgreiche Bestseller-Reihe fertigzuschreiben, weil Verity eben einen Unfall hatte, der dazu führte, dass sie nicht mehr in der Lage ist, diese Reihe zu beenden. Und das soll jetzt eben Lohan für sie machen. Dafür wird sie engagiert vom Verlag und von dem Ehemann von Verity. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Und um dann eben zu recherchieren über die vorherigen Wände der Reihe, zieht Lohan erstmal für einige Tage bei dem Ehemann von Verity, Jeremy, ein. Verity, der lebt da jetzt immer noch in diesem Haus mit seinem Sohn Crew. Und Verity lebt auch noch in dem Haus, aber sie liegt den ganzen Tag im Bett. Sie ist quasi wie im Koma, nicht ansprechbar. Man weiß nicht, was noch in ihrem Kopf so vor sich geht. Und Leute, kommt mir gerne mit Horrorclowns und alles, ne? Aber was wirklich gruselig ist, sind Leute, die im Koma liegen, vielleicht aber auch nicht. Das war so fucking gruselig. Also da gab es einige Momente, die wirklich gruselig waren. Und ja, wie ihr euch vielleicht denken könnt, die Lohan, die verknallt sich natürlich sehr schnell in diesen tollen Ehemann, der einfach nur ein Traummann ist. Und er sich möglicherweise auch in sie und das ist, ich sage jetzt nicht mehr, aber das ist natürlich so ein bisschen der Plot. Aber eben auch dieses Ding, dass jetzt Lohan in diesem Haus da rumstöbert und Dinge rausfindet über Verity, die ihr sehr zu nagen geben und die teilweise auch echt verstörend und gruselig sind. Dementsprechend, es ist ein Thriller, ganz klar. Es ist für mich hauptsächlich ein Thriller, der so ein bisschen Romance und Spice-Szenen hat. Aber vordergründig ist es ein Thriller. Und jetzt das Ende, Leute. Da gibt es zwei, das ist zweiteilig. Also in meiner Wahrnehmung, in meiner Sicht. Einmal gibt es das Ende vor dem Epilog und das ist perfekt. Das ist perfekt und es hätte da enden sollen. Der Epilog, der hat einfach nochmal alles geturnt. Das war so überflüssig in meinen Augen. Das fand ich so schade. Und ja, er ist mega gut geschrieben gewesen. Atmosphärisch, ass hell. Und es wäre eine super Kurzgeschichte gewesen für andere Figuren oder so. Aber für diese vorangegangene Geschichte und die Charaktere war das Ganze... Also ich habe das gelesen und war so... Hä? 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 Was? Warum? Warum? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da wollte sie jetzt den Sebastian Fitzsack raushauen und einfach nochmal einen Plot Twist raushauen. Obwohl es ja schon davor auch einen kleinen Plot Twist gab, der aber viel authentischer war. Und alles, was im Epilog passiert ist, war zwar gut geschrieben, hat aber einfach nicht gepasst. Und das fand ich sehr schade. Hier vorne steht auch irgendwie drauf, jetzt mit neuem Epilog. Also scheinbar gibt es auch eine vorherige Version dieses Buches, wo es den Epilog nicht gab. Und ich wünschte mir, ich hätte diese Version des Buches gelesen. Weil dann wäre das Ende einfach perfekt gewesen. Okay, das war jetzt das erste Buch, über das ich reden wollte. Wie ihr im Titel schon gesehen habt, geht es heute um drei Thriller. Und ich möchte jetzt so ein bisschen diese drei Thriller miteinander vergleichen, obwohl sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Oder gerade weil sie sehr unterschiedlich sind. Das sind wirklich drei denkbar verschiedene Thriller. Und ich habe jetzt gerade bei Colin Hoover schon Sebastian Fitzek am Ende erwähnt, dass sie den Sebastian Fitzek raushängen wollte. Ich habe nämlich auch den neuen Fitzek dieses Jahres gelesen, der erst im Oktober rausgekommen ist. Also wirklich noch sehr, sehr frisch. Und da muss ich so ein bisschen sagen, ich habe ja so eine bisschen gespaltene Beziehung zu Fitzek. Ich habe, glaube ich, vor sieben oder acht Jahren den ersten Thriller von ihm gelesen. Und dann habe ich immer mal wieder einen gelesen und ich fand die alle super gut. Das sind halt einfach Page-Turner, die sich super schnell weglesen. Man wird verarscht ohne Ende mit irgendwelchen Plot-Twists und Cliffhanger. Das hat mich immer fasziniert. Aber nach so ein paar Büchern habe ich halt sein Schema durchschaut. Er hat halt einfach immer wieder das gleiche Schema F. F für Fitzek hier, ihr versteht schon, ne? Es ist immer wieder das gleiche. Wir haben eine unglaubliche Situation, die irgendwie ausweglos wirkt, unfassbar. Und dann zack, zack, zack. Wir haben tausend Cliffhanger und am Ende ein paar Plot-Twists, die keiner hat kommen sehen. Und das führt halt dazu, dass es dann manchmal auch sehr unrealistisch alles wirkt. Aber was mich halt im Vordergrund nicht gestört hat, war nicht irgendwie die Unglaubwürdigkeit oder dass es teilweise konstruiert wirkte, sondern eher dieses, dass das Einzige, worauf diese Thriller halt bauen, diese Cliffhanger und Plot-Twists sind. Und das ist was, wo ich nach dem vierten, fünften Buch gesagt habe, okay, das gibt mir aber jetzt nichts mehr. Ich habe verstanden, du kannst mich an der Nase rumführen und am Ende nochmal aus den Socken hauen. Habe ich verstanden, gibt mir aber nichts. Weil das ist schade. Seine Bücher haben halt nicht irgendwie neben den Plot-Twists noch mega geile Charaktere oder so oder hochphilosophische Fragen. Er tut immer so ein bisschen, als wären seine Bücher auch sehr philosophisch. Das merke ich auch immer am Schreibstil. Aber es ist so ein bisschen pseudophilosophisch, so kirchenpsychologisch, was mir auch nichts irgendwie Neues gibt. Es wirkt immer so ein bisschen, als würde er jetzt die Psychologie da so ein bisschen reinwürzen, einfach nur, damit sie da ist. Okay, jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, du lässt das gerade ein bisschen über ihn ab, aber warum hast du dann den neuen Thriller von ihm gelesen? Und ja, es ist jetzt ein paar Jahre her gewesen, dass ich den letzten gelesen habe und ich würde das als eine gute Intention von mir sehen, dass ich diesem hier nochmal eine Chance gegeben habe, weil ich ihm gesagt habe, okay, ja, vielleicht war es ein bisschen das Cover, vielleicht war es ein bisschen dieses, dass alle darüber reden, dass ich das gekauft habe. Aber ich glaube, dass ich auch einfach gedacht habe, hey, es ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich den das letzte Mal gelesen habe. Vielleicht hat sich meine Wahrnehmung ja auch nochmal geändert. Vielleicht hat er sich auch nochmal ein bisschen geändert. Und deswegen wollte ich ihm einfach nochmal eine Chance geben, mich jetzt nicht auf eine Aussage ausruhen, die ich vor Jahren getroffen habe, sondern einfach sagen, okay, ich gebe dem nochmal eine Chance. Und das habe ich gemacht und ich habe auch positive Dinge daran gesehen an diesem Buch. Mir hat gefallen, dass es irgendwie deutlich atmosphärischer war, als sonst ich das von seinen Büchern gewöhnt bin. Also die ganze Ausgangslage mit diesem Haus mitten im Nirgendwo, diese Legende von einem Kalendermädchen, das war alles irgendwie so ein bisschen mystisch und schon sehr atmosphärisch. Und das hat mir gefallen und das fand ich gut. Und ich fand es auch gut, dass es nicht direkt Schlag auf Schlag losgegangen ist, sondern dass es ein bisschen langsamer losgegangen ist, als man es eben auch von Fitzek gewöhnt ist. Nichtsdestotrotz ist dieser Schreibstil von Fitzek so essentiell und er ist einfach nichts für mich. Wirklich. Mich stören diese Cliffhanger nämlich total, weil ich würde sie nicht als Cliffhanger bezeichnen. Das sind teilweise einfach dreiste Lügen. Der Typ schreibt, also das ist jetzt vom ersten Kapitel, das ist kein großer Spoiler oder so, irgendwie zwei Ermittler sind in einem Haus unterwegs und suchen da nach einem Täter vielleicht oder nach Spuren. Das ist schon so ein bisschen eine gruselige Atmosphäre. Und dann endet das Kapitel damit, dass der eine Ermittler, der schaut irgendwo rein und dann steht da, er drehte sich um, doch merkte leider zu spät, dass seine Kollegin nicht mehr hinter ihm stand. Dann, dann, dann. Kapitel Ende. Und du denkst dir, okay, was, wieso zu spät? Steht da der Axtenmörder schon hinter ihm und haut ihm jetzt eine rüber oder was? Und am Anfang vom nächsten Kapitel findest du dann raus, dass seine Kollegin halt einfach schon in den nächsten Raum gegangen ist. Und dann denk ich mir, okay, aber warum hat er das jetzt zu spät gemerkt? Was war daran zu spät? Das ist einfach nur Verarsche gewesen. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die genau das auch dann irgendwie cool finden, wenn man so an der Nase rumgeführt wird. Ich denk mir immer nur, okay, find ich scheiße, weil es ruiniert mir dann auch die echten Cliffhanger, weil ich mir immer, wenn ein Cliffhanger kommt, erstmal denke, okay, wahrscheinlich ist es gar nicht mehr so schlimm und dann löst das Ganze bei mir nichts mehr aus. Ist irgendwie dann kontraproduktiv, habe ich ein bisschen das Gefühl. Und es sind nicht nur die Cliffhanger, es ist generell dieser Schreibstil, der so ein bisschen was Pseudodramatisches immer hat. Es passiert auch mal mitten im Kapitel irgendwas, was gar nicht so krass ist, aber er schreibt erstmal eine halbe Seite lang, ihr Finger blieb über dem Display erstarren, ihr Herz wummerte, sie konnte nicht glauben, was sie da sah, sie wollte sich übergeben, der Himmel stürzte ihr auf den Kopf, wie war das nur möglich? Und ich denk mir, sag doch einfach, was da ist, bitte, das kann doch nicht so schwer sein. Man kann's auch einfach übertreiben mit Suspense. Das ist ja immer das, was gesagt wird. Fitzek ist der Meister des Suspense. Und das mag ja sein, wenn das Leuten gefällt, also offensichtlich gefällt es Leuten. Sebastian Fitzek ist der erfolgreichste deutsche Autor, das ist ganz einfach so. Aber ich fühle mich einfach nur verarscht. Ich denk mir, das ist einfach wie eine Bildschlagzeile. Wirklich, die Bild schreibt auch in die Schlagzeile so, Mann ging die Straße lang, doch dann passierte das, und dann liest du einen Artikel und er hat eine 50-Cent-Münze gefunden, gefühlt. Wo ich dann denk, willst du mich eigentlich verarschen? Der Typ, der könnte wirklich Schlagzeilen für die Bild schreiben, ohne Witz. Und dann denk ich mir wieder, okay, aber vielleicht musst du deine Bücher auch so schreiben, damit du in einem Land, in dem die Bild eine so erfolgreiche Zeitung ist, der erfolgreichste Schriftsteller sein kannst. Es tut mir total leid, Leute, dass ich diese harten Worte dafür finden muss. Das ist meine Wahrnehmung. Wirklich, das muss ich nochmal dazu sagen. Ich will mich nicht jetzt hier aufspielen zu jemandem, der voll die krasse Literaturkritik und bla und Sebastian Vizek ist ein schlechter Autor oder so. Er ist einer, von dem ich mir nie Schreibtipps abholen würde. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die genau die Punkte, die ich hier kritisiere, gut finden und das mögen. Und das ist ja auch vollkommen fein. Nein, also bitte, ich möchte nicht, dass sich hier irgendeiner auf den Schlips getreten fühlt. Keiner soll denken, dass ich mich hier für was Besseres halte oder so oder wirklich irgendwie überhaupt, der Vizek ist ein schlechter Autor. Für mich, in meinen Augen, gibt es sowas wie einen schlechten Autor nicht. Solange er Leute begeistern kann, ist er irgendwo ein guter Autor. Ich kann, das habe ich jetzt einfach nochmal bestätigt gesehen, nicht wirklich damit was anfangen. Und wie gesagt, ich würde mir von ihm auch nicht Schreibtipps abholen, aber solange andere fasziniert, ist alles fein. Aber das ist eben das, was ich interessant finde. Das sind zwei Thriller, die so unterschiedlich sind. Und zwar dieser Thriller hier, der weiß, dass er auf Cliffhanger verzichten kann. Der weiß, dass die Story gut genug ist ohne Cliffhanger. Bei Vizek habe ich immer ein bisschen das Gefühl, entweder traut er es den Lesern und Leserinnen nicht zu, dass sie an der Geschichte dranbleiben ohne diese Cliffhanger, oder er traut es seiner Geschichte nicht zu, dass sie ohne diese Cliffhanger überzeugen kann. Eins von beiden muss es ja sein. Und dieses Buch hier zum Beispiel, das weiß einfach, dass es das nicht braucht. Das Buch hat auch die kleinen Schocker, das Buch hat auch Suspens, aber auf eine natürliche Weise. Auf eine Weise, die nicht sagt, ja, ja, ich weiß schon, dass das gar nicht so krass ist, was hier passiert, aber ich muss jetzt irgendwie so tun, als wäre es krass. Und das fand ich irgendwie charmanter, authentischer. Das Buch ist auch nicht perfekt, was Konstruktion angeht. Das Buch hat auch seine Momente, wo ich sage, okay, das wirkt vielleicht ein bisschen konstruiert, aber wie ich vorhin, glaube ich, schon angedeutet habe, darüber kann ich viel besser hinweg sehen, als über einen Schreibstil, der mich für blöd verkaufen will, in meiner Wahrnehmung, muss ich nochmal dazu sagen. Ja? Ähnlich ist es dann auch bei Finster von Ivalet und Mega. Okay, Leute, wir haben hier jetzt einmal mein Highlight des Jahres 2024. Nicht, weil es mich durchweg fasziniert hat, sondern weil es eine so geniale Idee hat und weil es einmal zeigt und beweist, was das Medium Buch, dem Medium Film voraus hat. Dieses Buch hier kann man nicht verfilmen. Ich möchte das wirklich einmal sehen, wie das jemand versucht, diese Idee zu verfilmen. Es ist einfach nicht möglich und das fand ich so genial. Das hat mich so gefreut und fasziniert. In diesem Buch geht es um einen Ermittler, einen ehemaligen Ermittler aus der Dienst, der eigentlich schon in Rente ist, aber sich jetzt nochmal zu einem ehemaligen Fall hingezogen fühlt, eigentlich ein Cold Case, weil vor Jahren hat es in einem Dorf Katzenbrunn, einen Fall gegeben, bei dem viele Jungen verschwunden sind. Und man hatte Täter nie fassen können und jetzt kehrt eben Hans-Jörg Stahl, der damalige Ermittler, zurück, weil wieder ein Junge verschwunden ist und er möchte jetzt endlich mal diesen Fall lösen. Das Ganze spielt in den 80ern, kurz nach dem Atomunglück-Info von Fukushima. Das ist ein gutes Setting, das hat mir gefallen. Ich finde auch, dass Yvonne Menger diese Zeit gut dargestellt hat, aus meiner Sicht. Also ich meine, ich habe die 80er nicht erlebt, aber von dem, was ich so über die 80er denke, kann ich sagen, kommt mir authentisch vor. Vielleicht sagt jemand, der in den 80ern gelebt hat, nee, nee, ist aber überhaupt nicht authentisch, keine Ahnung, was auch immer. Aber ich fand es ein gutes Setting. Ich mag auch dieses Kleinstadt-Feeling so ein bisschen. Das hatte auch ein bisschen was Stephen King-mäßiges, dass man auch so die Charaktere alle gut kannte. Es hatte so ein bisschen was Theaterstück-mäßiges auch, weil du so der Reihe nach die verschiedenen Menschen in diesem Dorf kennengelernt hast. Es hat sehr viele POVs, wenn man das nicht mag, okay. Ich fand es ganz gut. Normalerweise bin ich auch jemand, der schnell überfordert ist von vielen Figuren, aber hier fand ich es noch in einem okayen Rahmen. Aber man lernt dann halt zum Beispiel den Besitzer vom Fotogeschäft in dem Dorf kennen oder zum Beispiel die Gastwirtin vom Gasthof in dem Dorf. Also das hatte irgendwie was. Das hat mich auch ein bisschen an so Agatha Christie erinnert, so dieses, dass du jetzt dann diese ganzen Figuren kennenlernst und bei jedem so ein bisschen überlegst, wer war es. Ich habe mir schon gedacht, okay, komisch, dass es keinen Gärtner gibt, weil sonst wäre es der wahrscheinlich. Aber das ist sowas, was ich ganz cool fand. Es war sehr Krimi-mäßig in der ersten Hälfte. Das Ganze wird ja wirklich als ein Thriller beworben, aber man muss es einfach mal sagen, es ist auch einfach ein Krimi. Und damit hatte ich ein bisschen zu kämpfen, weil ich mag keine Krimis. Ich bin kein Krimi-Fan, wirklich nicht. Ich mag an sich diese Ermittlungsarbeit nicht. Ich mag es nicht, wenn es dann hunderte Seiten einfach nur darum geht, dass irgendein Ermittler herum Fragen stellt und versucht, Hinweise zu finden und man dann die ganze Zeit überlegt, wer war es, wer war es, wer war es. Und am Ende war es halt einer von denen. Fasziniert mich jetzt nicht so wie andere Leute. Wenn man Krimis mag, dann glaube ich, dass das ein sehr, sehr guter Krimi. Dann ist es einer, der nicht zu konstruiert wirkt oder so oder es ist keiner, wo einem die Figuren egal sind, weil die Figuren sind sehr gut gezeichnet. Das ist dieses Kleinstadt-Feeling auch, was einem, glaube ich, dann sehr gut gefallen würde, was mir auch sehr gut gefallen hat, weshalb ich das Ganze auch nicht abgebrochen habe oder so, sondern weitergelesen habe. Und dann, Leute, irgendwann in der Mitte schlägt das Ganze halt volle Möhre in den Thriller um und ab dann konnte ich das Buch wirklich nicht mehr aus der Hand legen. Ich glaube, die letzten 200 Seiten habe ich am Stück ohne Pause gelesen und ich habe das Buch weggelegt und war einfach nur vollkommen geflasht und war so, alter, krass, so eine geniale Idee, so eine mega geniale Idee, weil wie gesagt, das Ganze lässt sich nicht verfilmen, wirklich nicht und ich finde es immer so ein Paradebeispiel für jemanden, um dem zu sagen, schau mal, es gibt auch Bücher, die per se besser funktionieren als ein Film und nicht nur, weil die Geschichte dann irgendwie ausführlicher sein kann oder so, einfach weil das, was in dem Buch vorkommt, nicht möglich ist, in einem Film zu zeigen. Und ich sage euch natürlich jetzt nicht mehr dazu, ich will euch hier nicht spoilern, mein Tipp ist einfach nur, dieses Buch zu lesen, es war mein Jahreshighlight. Und jetzt kommt auch nochmal ein Vergleich zu sowas mit Fitzek, weil ich fand das sehr, sehr lustig. Ich habe dieses Buch hier zuerst gelesen im August, September sowas und ich habe bei dieser Sache, die ich jetzt gerade erwähnt habe, mir gedacht, hey, das habe ich so noch nie gesehen, irgendwo in irgendeinem Buch und dann habe ich Fitzek gelesen und da kam die gleiche Idee auch vor, aber viel weniger wichtig und er hat tatsächlich irgendwie auch, also ne, nicht weniger elegant, keine Ahnung, irgendwie mehr am Rande und da hat es mich nicht so fasziniert. Vielleicht, weil ich das Ganze hier schon gelesen habe, vielleicht, weil es hier nicht so eine große Rolle gespielt hat. Hier bei Finster war es halt wirklich ein sehr, sehr entscheidender Punkt der Story, aber ich fand es grundsätzlich total lustig, dass es eine Idee war, wo ich gesagt habe, hier noch, hey, das habe ich noch nie zuvor gelesen und dann lese ich zwei Monate oder einen Monat nur später hier das Kalendermädchen und denke mir, okay, warte, haben die sich jetzt abgesprochen? What the fuck? Was soll das? Also, fand ich sehr interessant, aber insgesamt ist Finster auch ein Thriller, der zeigt, auch er kann ohne krasse Cliffhanger auskommen, ohne mega viele unnötige Plottwists, er schafft es, er schafft es, eine Story zu schreiben, einfach nur mit einer Atmosphäre und ich will, dass es mehr Bücher und mehr Thriller gibt, die das so machen. Ich finde es super schade, wieder, Leute, einfach nur meine Meinung, dass ein Autor nur durch so sensationsheischende Cliffhanger und Schreibstile der erfolgreichste Schriftsteller Deutschlands werden kann und zwar mit Abstand. Das finde ich einfach schade. Andererseits kann ich nicht leugnen, dass ich es auch gut finde, dass Sebastian Fitzek es scheinbar schafft, viele Leute zum Lesen zu bringen. Also, ich kenne einige Leute, die sagen, Bücher lese ich nicht, aber einen Fitzek habe ich schon mal gelesen. Ich wette, wenn du auf der Straße so durch die Fußgängerzone gehen würdest und die Leute fragen würdest, nenn mir einen deutschen Autor, die meisten würden einfach Fitzek nennen. Weil Fitzek ein Autor ist, den man kennt und zwar nicht nur, wenn man Bücher mag. Ich habe letztens mit meiner Schwester darüber geredet, die jetzt nicht so viel, also die liest schon auch Bücher, aber eher nicht so deutsche Bücher und sie hat gesagt, ja, weil ich dann gesagt habe, ich finde es so krass, dass Fitzek so mit Abstand der erfolgreichste deutsche Autor ist, weil sie so, ja, wer auch sonst? Wer auch sonst? Weil ihr fiel nicht mal ein anderer deutscher Autor ein oder Autorin. Also, es ist schon mit Abstand und ich finde es gut, dass er es scheinbar schafft, zumindest Leute zum Lesen zu bringen. Ich finde es ein bisschen schade, auf welche Weise er es schafft. Aber alles, Leute, wie immer, nur meine Meinung. Ich schaue auf niemanden herab, der es irgendwie anders sieht oder so. Das möchte ich einfach nochmal betonen, weil ich, glaube ich, noch nie so negativ über ein Buch gesprochen habe, wie in diesem Fall. Und das, obwohl es ja eigentlich für Fitzek-Verhältnisse in meinen Augen ein sehr guter war. Und ich merke gerade, irgendwie rede ich wieder mehr über das Kalendermädchen, obwohl ich immer noch finster in den Händen halte. Mein Fazit von diesem Video soll einfach nur sein, dass, schaut mal, wir haben hier drei sowas von grundverschiedene Thriller, die so unterschiedlich sind und trotzdem sind das alles Thriller, Spannungsliteratur. Und das ist doch cool. Ein Genre, was so viele verschiedene Leute, die so viele verschiedene Dinge gerne lesen, begeistern kann. Wir haben ein Buch, was Leute begeistert, die gerne Liebes- und Spice-Bücher lesen und trotzdem gerne aber auch Spannungsliteratur lesen. Wir haben ein Buch, was Leute begeistert, die gerne aus den Socken gehauen werden wollen. Und wir haben ein Buch für Leute, die gerne miträtseln, die gerne mitermitteln und die gerne langsam, gemütlich in eine Szenerie eingeführt werden und die trotzdem auch Spannung gerne mögen. Und die sich gerne davon überzeugen lassen wollen, dass vielleicht das Medium-Buch an manchen Stellen schon dem Medium-Film auch was voraus hat. Drei verschiedene Thriller für drei verschiedene Zielgruppen, die aber irgendwie auch alle für eine Zielgruppe sind. Finde ich irgendwie total spannend. Was haltet ihr davon? Habt ihr eins dieser Bücher gelesen? Sind ja alles schon drei sehr bekannte Bücher, glaube ich. Zwei davon sind auch sehr neue, Neuerscheinungen von diesem Jahr. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, die Verabschiedung. Alter, meine Stimme fängt schon an zu kratzen, weil ich so viel geredet habe. Es ist wirklich an der Zeit, dass ich aufhöre und vielleicht nochmal einen Tee trinke oder sowas. Ja, demnächst wird auf jeden Fall noch der letzte Potter Talk erscheinen für die Leute, die sich darauf freuen. Und es werden auch weiterhin noch Videos über andere Bücher erscheinen. Bis dahin. Wir sehen uns. Ciao.